Die Zivildiener sind sehr wichtig für unser Krankenhaus. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unseres Teams. Die Zivildiener werden sehr geschätzt und unterstützen die Pflege wesentlich. Zivildiener sind eine wertvolle Stütze für die Gesellschaft. So auch in den Krankenhäusern der oberösterreichischen Gesundheitsholding GmbH. Dort gibt es derzeit 84 Zivildienststellen, wo junge Männer Erfahrungen sammeln und einen wertvollen Beitrag zur Versorgung der Patientinnen leisten. Bei uns gibt es verschiedene Aufgabenbereiche. Das ist zum einen der Ambulanzbereich, die Endoskopie, Unfallambulanz, interne Ambulanz, Röntgen oder zum anderen der Hol- und Bringdienst. Dort ist die Hauptaufgabe der Patiententransport. Also Zivildiener leisten einen ganz wesentlichen Beitrag an der Gesellschaft. Wir versuchen auch Zivildiener möglichst gut zu integrieren in den Teams, versuchen soziale Kompetenz zu vermitteln, versuchen nach Möglichkeit sie so einzusetzen, wie es auch dem Zivildiener entspricht. Sie unterstützen sehr unsere Pflegekräfte und sind ein ganz, ganz wichtiger Beitrag in einem Krankenhaus. Es sind ganz unterschiedliche Erfahrungen, die man macht im Krankenhaus. Generell merkt man, dass das ein Riesenbetrieb ist und es gibt so viele einzelne Jobs. Und jeder Einzelne ist halt wichtig da. Und man merkt eben, dass auch die kleinen Helferlein, wie wir Zivildinnen, wenn die alle miteinander anpacken, dann merkt man, dass wirklich was weitergeht. Und ohne die kann man im Krankenhaus auch nichts. Und das taugt mir einfach, dass man sich auch bewirkt selber was. Mir bringt der Zivildienst das, dass ich Soziales leisten kann. Ich bin im sozialen Bereich, weil ich das eigentlich eh schon mal gerne sehen wollte, wie das ist. Und darum hat mich ein Zivildienst entschieden. Man lernt Respekt vor älteren Menschen, denke ich. Vor allem, weil man eben viel älteren Menschen hilft. Und einfach, dass es wichtig ist, dass man immer höflich und respektvoll bleibt. Dass man später auch mehr schätzt, wenn einem Leuten helfen. Weil gegen jeden Zivildienst nicht im Krankenhaus, aber auch vor allem im Krankenhaus hilft mir eben die Leute. Und das ist was Schönes. Dass man da in einem sozialen Beruf ist, dass man den sozialen Umgang ein wenig lernt damit, die Leute und so. Das bringt mir, glaube ich, auch viel. Wir kommen zwischen halb sieben und sieben Sekunden in die Arbeit. Man kriegt das Rande und die Uhr Versorgung, kann man so sagen. Von Frühstück bis Abendessen und zum Mittag ein dreigängiges Menü. Und gehen dann auch jeden Tag eigentlich so zwischen halb vier und vier heim, weil das ist recht super. Da hat man dann eben noch was von da. Wir hatten vor einigen Jahren schon einmal einen Zivildiener, der dann Medizin studiert hat. Das Studium auch fertig gebracht hat und immer wieder, dass sich Zivildiener auch für die Gesundheits- und Krankenpflege entscheiden. Es gibt zwei Möglichkeiten, sich bei uns als Zivildiener zu bewerben. Die erste Möglichkeit wäre die direkte Kontaktaufnahme. Zum Beispiel über unsere Homepage mittels Bewerbungsformular. Die zweite Möglichkeit wäre über die Zivildienst-Serviceagentur. Dort sieht man auch immer das freie Platzangebot. Ist dort überhaupt eine Stelle frei und kann dort direkt online ein Formular ausfüllen? Und dann bekomme ich eine E-Mail mit den Kontaktdaten und melde mich dann beim Zivildiener.